Hallo liebe Schönrestaurateur-Community, liebe Schönrestaurateur-Kollegen. Willkommen zur What's in the Fridge-Challenge. Eigentlich habe ich zuerst ein bisschen gehört, aber jetzt habe ich schon drei Kollegen und Freunde nominiert. Jetzt mache ich auch mit. Der erste war der Daniel Lehmann. Große Ehre für mich, dass ich mich auch nominiert habe. Der Präsident der Schönrestaurateur Europa aus der Schweiz. Der zweite war der Herbst-Andi aus Leogang. Ein Freund mittlerweile schon mittendrin in der Runde. Und der dritte war der Michi Kammermeier aus Deutschland. Der Ente im Rassauhof. Also wir werden gleich schauen, was ich im Kühlgang habe. Wir haben noch was es schon gibt bei uns. In der schönen Waldheimer, dem Mürztal, ein bisschen haben wir einen Albinien-Einfluss bei uns. Deswegen ist nicht mehr so viel da, aber tschau. So, gut, mein Garten abend. So, viel gibt es noch nicht bei uns im Garten, habe ich schon gesagt. Aber was es schon gibt, ist ein Wermut. Einen schönen Gebirgs-Wermut haben wir ja da. Den haben wir einmal in Oberzeit von der Gansalm, über 1000 Meter. Der Geteil ist super bei uns im Garten. Den nehmen wir mit auf. Schauen wir, was wir dann oben Passendes dazu haben. So, willkommen in unserer großen Küche. Bei uns ist es so, dass wir in unserer Bratenküche immer gerne zusammensitzen, ganz gleich noch eintrinken, alles essen. Das ist halt der Vorteil, wenn wir in der Gastronomie sind und gerne immer mit umnehmen, darüber vorbereiten in der großen Küche. Dann haben wir ein Werm, nicht so viel Mist. Dann haben Sie ein Werm gemütlich und können gemütlich zusammensitzen. Und schauen wir mal, was drinnen ist. Fast nur Alkohol. Nein. Ich habe mir gedacht, wir machen immer ein Hausgemacht Tonic, ein Kräutertonic, das wir in der Riesseflaschen abfüllen. So lassen Sie fahren. Und machen wir einen guten Gin Tonic. Meine Haustonics sind, was ich eigentlich immer da habe, ist der Est Gin vom Wolfgang Thomann aus der Südsteuermark, vom Edgar Lernbacher, gleich da aus der Region, der Gin Boom. Und natürlich vom Hans Reisepauer. Der Blue Gin, der mittlerweile klassischste österreichische Gin. Reisepauer Hans, Senior und Junior, sind schon ewig lange als Industrateurpartner und mittlerweile Freunde. Wir nennen uns jetzt einen Gin Tonic. Und zwar habe ich noch einen Kühlschrank, glaube ich. Mit Noträgergurken. Die kriegen wir immer von Gernot, von Kudach Gernot. Der hat uns den. Und wenn wir zu viel haben, frühen wir den einfach rein. Dann hat man super Eiswürfel. Und dann ein bisschen an Pfiffen im Schritt runter. Und dann habe ich noch super Lego Eiswürfel. Dann zeichnen wir diesen einen kräftigen Schuss Gin mit Spaten und Blue Gin. Das war das What's in the Fridge Challenge. Das war das What's in the Fridge Challenge. von den schönen Industrateuren. Danke für die Nominierung wieder einmal. Und ich wünsche Prost. Ich hoffe, dass wir uns bald im Restaurant sehen oder in den Restaurants von unseren Kollegen. Und natürlich, wenn wir sie mal nominieren, dann haben wir die Nominierin Kolnmichy aus Abisberg, von Berghof Koln. Mit denen ist es auch einer, der macht auch eine coole Videos. Prost. Und bis bald. Euch, Andreas.